ja und herzlich willkommen zu let's play fahrer world jetzt habe ich aufgehört bei bei mit mitten in der mission gefangen und ja und nein heute ist jetzt nicht so gesehen dieses morgen von letzter Aufnahme sondern das übermorgen und das habe ich noch am Donnerstagabend aufgenommen und heute ist Samstag weil ich war gestern einfach nicht mehr in der Lage aufzunehmen so 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 viel weiß ich noch ach da kommen sie ja schon ach ne ich wollte die hier decken bis sie dann dahin kommen ok sicher ach das Mammu arbeitsliche und das hier 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 das hier so da kommt es noch der Rest hier an der rosen Exo Verstrecker dabei aber keinen Exo Verstrecker aber keinem Exo Verstrecker was für ein Spaß und die wichtigste Priorität haben die Arbeiter ja bitte genau getroffen ich kann das sehen hier 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 ein hier auch mit vor den steckern diese hier mit 7 Jahr ich will kämpfen ich gehe vor den viktorianischen altern Club verfügen unsere Freunde über beeindruckende Waffen wir sollten diese im Genester ausschalten Prozent 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 und jetzt wenn ich Käpt'n auf dem windenden Schiff Super, oder? Kein Problem Was für ein Spaß Ihr seid euch bereit Auf dem Weg Ich habe schwer die Vermutung Dass die von hier aus gleich angreift werden Das Ding ist ab Na, das ist klar Genau, greif einfach mal den Exoflug Das ist eh Macht euch bereit um! Ich bin... Platz! Platz da! Auch diese Truppen werden sich am vereinbarten Treffpunkt sammeln. Das Auto ist safe. Ach, da hab ich gerade da angegriffen, okay. Ähm, ja. Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Jetzt weiß ich zumindest was passiert, wenn ich, äh, das Gefängnis durchstöre. Und die Sicherheitskräfte nicht, äh, beseitigt habe. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin bereit! Kommt! Hm? Geht's los? Hm. Geile sind gespannt! Feuer frei! Hey, wo erwartet ihr? Ich habe da eine Idee. Oh, schau! Geile sind gespannt! Geil? Geil? Ba? Bo? Ba? 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 Bo? Ba? Bo? Ba? Prozent Prozent 3 6 die durianischen altern klub verfügen unsere freunde beeindruckende waffen wir sollten diese im gen ist da ausschalten die 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 an und geht um das Todes Ich kann den Ton doch drüber treffen. Stets belastet. Eine kluge Warte. Geht's los? Okay. Sie dürfen nicht entkommen. Nächste Aufgabe. Das bedeutet Stittstand. Yippie! Ja! Ah, das passt. Rock'n'Roll! Was gibt's zu tun? Ich kümmere mich darum. Allzeit bereit. Wohl überlebt. Ja, sicher! Fein Problem! Was für ein Spaß! Ich will kämpfen. Sie dürfen nicht entkommen. Okay. Macht euch bereit. Ich mag das. Ica. Ja! Ein Baum fällt! Auf Kack! g Gibt's Arbeit? Deine sind gespastet Gächer! Nächste Aufgabe. Okay. Gibt's Arbeit? Komm! Was? Gächer! 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 Ich will kämpfen. Okay. Gächer! Gächer! Nächste Aufgabe. Platz da! Was für'n Spaß! Macht euch bereit! Gächer! 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 Ja, Baummelk!! Was für'n Spaß! Was für'n Spaß! Wie dürfen nicht, denn ichionyéis... Hä wie greif ich letztlich schon wieder an? aber ich greife den Zellenblock jetzt nur an ich gehe vor um den schon so ein bisschen zu schwächen da ich erst mit den Helden rüberkommen Platz da auch die Wehrspiel ist auch da Platz da ok Ja, kein Problem. Ja, kein Problem. Brieze auf der Reis. Brieze auf der Reis. Brieze auf der Reis. Ruhig. Na, alles klar. Was hast du vor? Das wird funktionieren. Sie dürfen nicht entkommen. Da lang. Und los. Die Teile sind gespannt. Auch diese Truppen werden sich am vereinbarten Treffpunkt sammeln. Nächste Aufgabe. Geht's los? Wenn Ada Spiele 4 erreicht hat. Ich will kämpfen. Ich gehe vor. Da lang. Da lang. Nächste Aufgabe. Okay. Auf dem Weg. Da lang. Auf dem Weg. Da lang. Okay. Auf dem Weg. Ziemlich beeindruckend, was die Seas an Gegenwehr zu bieten haben. Wir sollten systematisch vorgehen. Zuerst zerstören wir die äußeren Verteidigungsanlagen und Bunker. Dann kümmern wir uns um den Hauptkomplex. Wenn sie dem befreiten Gefangenen zu nahe kommen, verstehen diese das als Signal, die Seas-Basis anzugreifen. Halten sie sich also so lange von ihnen entfernt, bis sie einen Angriff beabsichtigen. Das werde ich schon, keine Sorge. Der Herr Militärberater. Was für ein Spaß. Was für ein paar Jahre? Ah, alles klar. Was für ein Spaß. Wenn man noch immer dieses Neste angegriffen haben. Und das ist von den Kentrosaurien, das weiß ich. Wenn ich das angreifen, dann würden die hier abgehen wie Schnitzen. Ah, die sind beim Tor schon wieder durchgebrochen. Bevor sie hier mir noch den Turm zerlegen. Ich will kämpfen. Warum fällt es? Warum fällt es? Wauw. 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 Dein Punsch. Mach schon, Dicker. Festhalten. Los geht's. Ja? ja 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 wir wollen in den Kessel na, das war wir wollen in den Kessel, wenn ja da lang was ja, kein Problem Feuer 3, sicher na, alles klar wie schon gesagt wurde, hübsche Verteidigung haben sie hier ich geh vor Teile sind gespannt, ja